Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk, zu einem Film, der erst einen Kinostart, ernsthaft, im November bekommen hat. Dabei lief er jetzt schon auf dem Fantasy Filmfest. Wir reden über Spiders. Ihr Biss ist der Tod. Der Titel ist absolut grauenvoll. Der Film hat es eigentlich entfestet. Aber wir reden einfach mal drüber und das nach dem Trailer. Gave quand même. T'inquiète, je t'ai dit. Moi, je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go. Comment t'as fait pour Pêcho, ça? Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non, mais tu sais qui leur parle. Je te promets, meuf. T'es où? Tu te caches, Téo. Tu te fous, ma gueule. Il a fait un malaise, c'est ça? Je la gueule, c'était pas un malaise, ça. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue. Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi, alors? Non, ça va, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. aber ausbüxt und sehr schnell sich reproduziert innerhalb dieses Hauses. Und naja, irgendwann können sie auch nicht mehr raus, weil die Polizei und die Gegend ihn einfach auch nicht mehr aus diesem Gebäude lässt. Und ja, jetzt sind sie auf sich gestellt in einem Haus, das immer mehr quasi übernommen wird von extrem gefährlichen, hochgiftigen Spinnen. Das ist die Geschichte in Infested, ein absoluter Albtraum für alle, die Spinnen hassen. Ich fand diesen Film so absolut widerwärtig und ekelerregend und hatte Bilder, wie Spinnen aus Oberkörpern kriechen und aus Mündern kommen oder sich aus den Bäuchen von Hunden zwängen. Es ist so absolut abartig, dass ich da saß und dachte, wahnsinnig geil, wie gut ist das bitte. Spiders ist ein Horrorfilm, der endlich mal wieder ein guter Tierhorrorfilm ist. Mit Spinnen, vor denen man wirklich auch mal Angst hat, die teilweise so groß sind wie Autoreifen, die wirklich eine Bedrohlichkeit ausströmen mit einer Atmosphäre in einem Haus, das es in sich hat. Und man sitzt dann wirklich da und man fiebert mit seinen Protagonisten mit, die einfach nur aus diesem absoluten Grauen entkommen wollen. Das ist technisch brillant. Also die Spinnen sind toll inszeniert und auch toll visualisiert. Und es gibt eine Sequenz, wo sie unter anderem durch einen riesengroßen Gang voll spinnen müssen. Und dort brauchen sie dann die Kraft des Lichtes quasi, weil die Spinnen mögen überhaupt kein Licht. Mehr will ich zu der Szene aber gar nicht sagen. Aber da ist mir echt fast das Essen wieder hochgekommen. Das war so widerwärtig und abartig, dass ich kaum glauben konnte, dass ich sowas gerade hier wirklich sehe. Ein wahnsinnig intensiver Horrorfilm. Toll gespielt. Ekelerregend. Widerlich. Der absolute Albtraum für alle Spinnenhasser. Also für mich ein Highlight. Das solltet ihr euch mit Freunden, wenn ihr sowas sehen wollt, definitiv im November im Kino angucken. Ein absolutes, wahnsinniges Highlight dieses Jahr im Horrorgenre. Von mir bekommt Spiders oder Infested, wie man ihn nennen möchte. Wormine, wie er glaube ich in, oder Wormin, wie er glaube ich in Französisch heißt, bekommt von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt es mir die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Haut rein. Und bye.